Okay, ich habe unglaublich aufregende Neuigkeiten. Vor kurzem habe ich meine Yoga-Teacher, also meine Yoga-Lehrer-Ausbildung abgeschlossen. Ich bin nun ausgebildete Yoga-Lehrerin und das würde ich so gerne mit euch feiern über einen ganzen Monat, wenn ihr dafür offen seid. Falls du dir innerhalb der letzten Tage oder Wochen meine Storys auf Instagram angestellt hast, wirst du gesehen haben, dass ich an einem Projekt gearbeitet habe und darum ging das alles. Ich habe diese Yoga-Challenge vorbereitet und ich bin unglaublich aufgeregt, diesen Termin des Lebens mit euch zu teilen und einfach meine Bestimmung zu leben. Ich werde alle Instruktionen und Videos auf meinem YouTube-Channel hochladen. Ich werde eine extra Playlist dafür erstellen, also falls du mir nicht bereits auf YouTube folgst, geh doch durch den Link auf meiner Bio und schau es dir an. Ich werde innerhalb der nächsten Tage dort alle weiteren Informationen hochladen und ich kann es kaum erwarten, das alles mit euch zu teilen.